Sie wird gleich wohl die Realität umstellen. Dann drücke ich mal hier auf Start Clock. Die Gründung, dass es auf Englisch ist, ist so, dass ich diesmal irgendwann veröffentlichen möchte, dieses hier. Also, ein Haken hat diese Schaltung noch, und zwar Schaltjahre werden nicht erkannt. Das muss ich jetzt mal einfügen, dass Schaltjahre erkannt werden. Im Moment ist es, wenn ich zum Beispiel hier, wenn ich jetzt die Härte 28. Februar 2012 zum Beispiel, und dann würde ich dann kurz den Tageslocken, dann würde er kurz 29. Februar, dann würde er sich auf 1. März umstellen. Das ist der Haken, da muss ich so eine Schaltung machen, noch eine BCD, also ich habe es ja schon da gemacht, da oben, dass da BCD-Codes gehört. Also, aus den jeweiligen Zahlen wird ein BCD-Code rausgemacht, aus der 2012 in dem Fall, ein BCD-Code. Und der entscheidet, wenn man sich dann so gucken, das sind zehn Stück, das ist ein Jahr, also ein Jahr. Das müsste ich dann so zusammenbinden und so, also daraus eine Vinyardzahl, aus der BCD eine Vinyardzahl machen. Also aus der BCD-Code eine Vinyardzahl machen, und die dann, die dann so machen, dass das Vierer-Bit entscheidet. Wenn das Vierer-Bit an ist, dann muss das Einser-Bit und das Vierer-Bit aus sein. Dann ist es ein Schaltjahr. Und dasselbe müsste ich bei Jahrhundert machen, wenn die Vinyardzahl, weil, dann muss das ein Ant-Gate machen, dass dann zehn und eins aussitzen, und wenn das dann an ist, dass das so ein Einschaltjahr ist. Also das wird dann die Schaltjahre zur Erkennung machen. Was ich eigentlich noch nicht weiß, ist, wie ich ein BCD-Code machen kann. Schreibt es mir in den Kommentaren, wie das geht. Wie könnte ich aus einer BCD-Zahl eine Vinyardzahl machen? Also Theorie würde mir reichen. Ich kann das dann in die Praxis umsetzen. Jetzt sind es noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Frohes neues Jahr! Es dauert so ein bisschen, bis es sich hier umgeändert hat. Und da hat es, hat zehn Sekunden gedauert, bis es sich umgestellt hat. Und da hat sich auch in dem Jahr um ein weitergeschaltet. Das ist so ein bisschen langsamer, aber das macht eigentlich nichts, weil es ein bisschen langsamer ist da. Es hat ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, dass es wieder euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Tschüss! Gut! Gut! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020